Hallo und Willkommen, in diesem Video geht es um die Frage, ist die DJI Mavic Air in Österreich zu bewilligen? Wir behandeln nicht nur die Frage, ob sie zu bewilligen ist, sondern für jene, die diese Frage mit Ja beantworten müssen, werde ich euch zeigen, wie sie zu bewilligen ist. Beginnen wir mit der wesentlichen Frage, muss ich meine DJI Mavic Air bewilligen? Die einfache Antwort lautet, wenn sie unter 18 Meter above ground level in Schwebe betrieben wird, sowie nicht schnell als 68 kmh am Boden. Oder wenn sie ausschließlich indoor betrieben wird, dann kann man sich den Rest dieses Videos sparen. Es ist keine Bewilligung erforderlich. Daumen hoch für auf den Punkt gekommen, 330 Euro gespart und der ACG Arbeit. Ich erkläre kurz den Hintergrund. Im §24d des österreichischen Luftfahrtgesetzes ist die sogenannte Spielzeugdrohne behandelt. Die Bewegungsenergie kinetischer Pluspotenzielle darf dabei 79 Joule nicht überschreiten. Hier die Grafik zur Korrelation Höhe und Geschwindigkeit. Bei den 430 Gramm Abfluggewichten DJI Mavic Air darf die Drohne entweder auf 17 Meter Flughöhe oder 68 kmh Geschwindigkeit am Boden gebracht werden. Bei 10 Meter Flughöhe darf sie also noch 36 kmh bzw. 13,6 Meter pro Sekunde schnell fliegen. Sagen wir also barbar zum Sportmodus. Wer die Air innerhalb dieser Parameter betreibt, sprich im unteren Bereich der Kurve, ist stolzer Besitzer eines Spielzeugs und mehr oder weniger sorgenfrei. Einen Link auf dieses Spreadsheet für die Berechnung findet ihr in der Beschreibung. Die Air kann jedoch auch ganz anders und jetzt wird es etwas komplizierter. Die Kernfrage ist, kann die DJI Mavic Air auch als Flugmodell nach §24c betrieben werden? Sie darf dann bis zu 150 Meter AGL und in einem Radius von 500 Meter um den Piloten auf Sicht geflogen werden. Und hier kommt wieder die viel zitierte Gesetzespassage zur Anwendung, zum Zwecke des Fluges selbst. Die Kamera der Air kann sowohl FPV, was ja okay wäre für ein Flugmodell, als auch aufnehmen. Wenn sie ausschließlich zum Zweck des Fluges verwendet wird, also in Line of Sight oder als First Person View, dann ist die Air streng genommen ein Flugmodell. Sie kann also entweder als Spielzeug filmen mit den entsprechenden Einschränkungen oder als Flugmodell ohne Aufnahme geflogen werden. Flugmodell und Luftaufnahmen schließen sich also aus. Wer also Aufnahmen machen und dabei schneller und höher fliegen will als das Spielzeug, muss seine Air bei der ACG bewilligen. Als ULFZ darf die Air bis zu 150 Meter AGL, also über Grund, fliegen. Sie kann auch so weit geflogen werden, wie sie noch ohne technische Hilfsmittel mit dem freien Auge erkennbar ist. Wird im FPV geflogen, muss der Spotter sie noch wahrnehmen können. Das ULFZ darf private wie gewerbliche Aufnahmen machen, vermessen oder was auch immer eben nicht rein zum Zweck des Fluges selbst dient. Auch die Aufnahmen des Livestreams fallen streng genommen darunter. Für FPV gilt das Videosignal zum Zwecke des Fluges, für Aufnahmen zum Beispiel zur Fluganalyse allerdings nicht. Nur als Anmerkung, für ULFZ gibt es zusätzlich einige Auflagen, wie zum Beispiel eingeschränkte Betriebszeiten und Einsatzgebiete. Und die Air kann maximal Kategorie A2 sein, das heißt ein Quadcopter unter 5 Kilogramm für unbebautes und unbesiedeltes Gebiet. Wer es für sieher geschafft hat, will wohl seine Mavic Air bewilligen lassen. Im letzten Teil dieses Videos zeige ich euch, wie das geht. Das Bewilligungsverfahren ist an sich straightforward. Das Antragsformular wird ausgefüllt und unterschrieben. Den Download-Link füge ich in der Beschreibung hinzu. In dem Antragsformular werden die eigenen Daten, sowie die der Air angegeben, sowie die Betriebsgrenzen und die Piloten. Die Seriennummer findet ihr übrigens im Akkufach. Die Beschreibung der Air plus einer Drei-Seiten-Ansicht, also Fotos von drei Seiten, die Beschreibung kann einfach aus der Produktbeschreibung des Herstellers kopiert werden. Wichtig ist, dass auf jeden Fall das Abfluggewicht angegeben ist. Dann benötigt man noch eine Versicherungsbestätigung über 750.000 Sonderziehungsrecht auf den Namen des Antragsteller lautend und für die DJI Mavic Air. Zuletzt noch die Lichtbildausweise der bzw. des Piloten und das Ganze sendet man dann an urlfz-at-austocontrol.at. Zirka zwei bis drei Monate später kommt dann eine Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme. Dort ist angeführt, was dann im Bescheid stehen wird. Gibt man sein OK zu dem Dokument, folgt kurz darauf der Bescheid mit der Plakette und eine Rechnung über circa 33 Euro. Die Plakette wird am Kopter aufgeklebt und los geht's. Die Unterlagen sind beim Betrieb bei sich zu führen und selbstverständlich ist alles einzuhalten, was im Bescheid steht, wie zum Beispiel die Einsatzgebiete und die Betriebszeiten. Auch sind Betriebsaufzeichnungen zu führen, aber da empfehle ich die Logbuchfunktion der DroneSpace App. Die ist ganz fein. Das war's an sich, mehr ist es nicht. Ich freue mich über Daumen hoch und Kommentare und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr den Channel abonniert.